Hi! Ja, wie man es hört, wir stehen bei der U-Bahn Fröppmaning, weil hier gibt es den Heide-Rundweg, den wollen wir uns heute mal anschauen. Es ist nur ein kurzer Weg, nicht länger als 1,5 Stunden und ich würde sagen, jetzt machen wir schön mal los. Das Haus, das ist das Heidehaus, aber es hat eigentlich immer zu und nur selten offen, also wir haben es noch nie offen auch gesehen. Und was genau dieser Heideweg ist, das ist ein Grundweg, es geht auch über verschiedene Themen und früher war hier ein Truppenübungsplatz und jetzt ist es Naturschutzgebiet. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Aber jetzt geht es erstmal da lang, da sieht man schon das erste Schild. Hier geht es jetzt um die Lebensräume der Heide und zwar um die Landschaft und da steht schon auf dem ersten Blick, vermittelt die Heidelandschaft Eindrücke, die an Kargheit und Wassermangel erinnern. Hier geht es jetzt um die Geschichte der Fremdenheide und vor anderen geht es ja um die Gletscherschmelze, Böden und so weiter und so fort. Wenn ihr das lesen wollt, dann könnt ihr ja Pause drücken. und so weiter und dann beim nächsten Mal. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier haben wir jetzt das nächste Schild und da geht es um Sumpfpflanzen am Sonderstandort und ich glaube das erklärt sich von selber. Da hat man so eine Art Sumpf, so einen kleiner, wenn man da genau hinschaut, sieht man da sogar das Wasser stehen. Der ganz kleine Tümpel in der Heide, das kommt alles nur vom Militär, weil damals sind wir ja hier mit dem Panzer rumgefahren, haben hier die ganze Erde zermalmt, dann wieder verdichtet und durch das Regenwasser sind so kleine Tümpel entstanden. Das ist schon sehr interessant, wie aus einer kargen Landschaft auch ein bisschen Natur entstehen kann. Da hätten sie jetzt schon die nächste Tafel und da gehen wir jetzt gleich wieder hin. Hier geht es jetzt um Hecken und Gehölze und die Sträucher, die siedeln sich an dickeren Bodenschichten an und sie dienen heute unter anderem als Nahrungsquelle für Vögel oder beziehungsweise als Unterschlupf für Erdkröten zum Beispiel oder auch für Bienen oder sowas. Ja, mit der Ruhe ist es jetzt vorbei, weil jetzt kommen die Fußballfans. Und da hinten ist schon die nächste Tafel. Hier geht es jetzt um den Sanddorn, das ist ein Weidengebüsch und der siedelt sich sehr gerne auf karken Schotterböden an und der verteilt seine frischen Weidensträucher gegenüber Weidetieren mit Dornen. Was bei dieser Pflanze auch noch interessant ist, Männer und Weiblen sind nicht auf einer Pflanze zu finden, sondern sind getrennt geschlechtliche Pflanzen und sowas kommt nicht häufig in der Pflanze. Ein sehr interessantes Gestrück. Hier auf dem Schild ist nochmal schief beschrieben, dass die Fröbmenninger Heide ein Naturschutzgebiet ist und dass man doch bitte auf die markierten Wege bleiben soll, beziehungsweise was natürlich auch sein kann, da das hier mal ein Tropenübungsplatz war, dass immer noch die Gefahr durch Munitionsbelastung besteht. Ja, auf der Heide, wo wir gerade sind, da ist es immer ziemlich windig, weil es hier ziemlich freie Fläche ist. Trotzdem ist das ein richtig schönes Gebiet, auch richtig schön groß, aber der Rundweg ist nur ein kleiner Teil davon und da ist auch schon das nächste Schild. Hier sieht man jetzt irgendwelche Rillen, wahrscheinlich wirklich vom Militär. Da haben wir jetzt die nächste Tafel, da gehen wir jetzt auch hin. Hier auf diesem Schild geht es jetzt um Kiesrippen und Panzerspuren und da steht geschrieben, dass die Geschichte der Fröbmenninger Heide am meisten geprägt worden ist durch Panzer und natürlich auch durch die Benutzung durch explosive Stoffe von den Soldaten. Hier auf dieser Tafel, da geht es jetzt um die Weidensukzession und die Sukzession bezeichnet die Folge unterschiedlicher Entwicklungsstadien von Flora und Fauna eines Standortes. Hier auf dieser Tafel, da geht es jetzt um Wurzelwall und Steinhaufen. Diese sind natürlich entstanden und sind ein Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Wir werden jetzt mal kurz einen Abstecher darüber machen, weil da steht so, ich schätze mal was vom Militär und dann geht es später wieder da lang. Jetzt, da lang. Also das was man hier so sieht, das ist so eine Art Wald oder was das ist, das sind wahrscheinlich Überbleibsel vom Militär, da hinten der Mast, der ist aus Beton, der auch und da steht noch eine Mauer bzw. eine Betonmauer und die ist vermutlich auch noch so ein Überbleibsel von Militärzeiten. Das ist definitiv militärisch, das sieht man. Da sind auch noch welche Betonreste, Mauerreste, aber was das war, das war wirklich. Das ist irgendein Betonmast, fast ein bisschen zu hoch für eine Laterne, aber das kann schon sein. Also hier auf der Rückseite von der Wand, also dem beschissenen Graffiti, sind lauter Löcher drin und wir vermuten mal, dass das so eine Art Einschusslöcher sind. Und da sind noch lauter so Welle, wo wir auch nicht genau wissen, was es ist, aber alles auf jeden Fall mit militärischen Ursprungs. Und da sind wir auch noch mal, was wir auch noch mal, was wir haben, was wir Also hier auf dieser Tafel, da geht es jetzt um den Kieferwald und in der jahrhundertelangen Beweidung ist es wohl kaum möglich gewesen, dass Wälder entstanden sind und erst seit der militärischen Nutzen gibt es diese Kiefernwäldchen, die sind unter anderem als Panzerunterstand benutzt worden. Hier auf diesem Schild geht es jetzt um die Heide entwickeln und da steht nichts anderes wie, dass die Frottmanninger Heide ein Schutzgebiet ist, das eine europäische Bedeutung hat und das Ziel ist bzw. ist es mittlerweile passiert, dass dieses Gebiet der Öffentlichkeit als Umweltbildungsgenie zugänglich gemacht worden ist. Hier jetzt gehen wir noch auf einen kleinen Aussichtshügel drauf. Und jetzt gehen wir noch auf einen kleinen Aussichtshügel drauf. Oder? Oder? Ja, nein. Ich habe jetzt eine gute W delic�ze. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier stehen wir jetzt bei der letzten Tafel, da geht es um die Wechselkröte Und überall bei solchen Pfützen, die da so in der Heide versteckt sind Da könnte es unter anderem sein, dass das ein Laichgewässer von diesem Tier ist Da liegen Leute mitten auf dem Boden Sehr komisch Ich glaube, die haben einen Vogel Ich glaube, die sind Geheide Hier kann man die Ohr Hier kann man die Ohr Hier kann man die Ohr Heide Das war jetzt der Heiderundweg, wir sind noch zurück wieder am Haus. Ein kleiner Weg, wir haben jetzt gerade mal, ja nicht mal eine Dreiviertelstunde gebraucht, aber es war schon mal ziemlich interessant, was man aus einem Militärgebiet machen kann. Es war sehr interessant, man muss es wirklich mal gemacht haben, weil wie schon erwähnt, wenn man sich die Geschichte ein bisschen anschaut von diesem Gelände, dann kann man sich gar nicht vorstellen, was da jetzt daraus geworden ist. Das stimmt, das ist genau bei der U-Bahn-Station und wer da noch möchte, kann sich dann auch noch die Allianz Arena anschauen. Das werden wir aber heute nicht machen, weil die Allianz Arena ist nicht so unser Fall. Und das war es jetzt und wir sagen Tschau, bis demnächst. Tschau, servus.